Was? Wie geil, Alter! Sie haben nur noch Gas, Alter! Server crashen! Server crashen! Server crashen! Server crashen! R-E-W-R-N-S-I-D-O B-R-E-S-I-D-O 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 Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H-E-K-W-O-S Oh, Alter, ich werd sowas von in der Oper angenommen. Skrrr! Mittlerweile ist lieber... Was? Ne, Moment. Andersrum. Mittlerweile ist heute der liebe Sturmwaffe. Hallo! Ich bin unsympathisch, TV. Ja, das hat dich absolut so angehört wie ein sterbendes Gespenst. Respekt an deine Eltern, dass sie geboren haben. Freunde, wir haben heute Beispiele, wir spielen wieder Bridge Builders, weil wir da sehr viel mehr Möglichkeiten haben als bei Bad Wars. Und zwar gehen wir heute hin, wir spielen wieder ganz standard, ganz normal. Am Anfang wieder auf der Map Exodus hier, Freunde. Die andere Map haben wir noch gar nicht gespielt. Hast du die schon mal gespielt, Freddy? Ich hab die andere Map schon mal gespielt, ja. Echt, jetzt alle voten immer nur für Exodus. Ich bin da ein bisschen traurig drüber. Die andere Map ist auch sehr schön. Ja, Leute, spielt Bridge Builders los und kommt euch Premium für die Chinesen, die die Brücken gebaut sind. Movement of the people. Freddy, der baut hier die ganze Map ab, der Affe, ne? Guck mal, der ist dumm. Exodus. Alles klar. So viel dazu. Freunde, wir haben heute wieder... Movement of the people. Ich bin Bruder gefreut. Oh, deine Fresse jetzt. Wir haben heute auf jeden Fall wieder einiges vor mit euch. Wir möchten gemeinsam hingehen. Ich mach mal ganz kurz hier einen sinnvollen Block zumindest. Dann können wir den schon mal dann hier weitergeben. Wir möchten gemeinsam quasi ein paar Monster hier spawnen. Und damit mit ein paar Monster meine ich wirklich nicht ein paar Monster, sondern wahrscheinlich so viele Monster, bis der Server crasht. Das ist auf jeden Fall meine Anliegen an euch. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich einfach mal. Wir warten noch zwei, drei Minütchen, bis die Leute dann wirklich denken, es wäre keine Hack Wars-Runde. Weil wenn man das direkt am Anfang performt, liefen die ja alle. Und so kriegt man meistens die Leute dazu, dass sie dann doch in der Runde drin bleiben. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir es gleich. Einfach ganz kurz wieder. Cut? Ja. Du schneidest Videos? Ja, mit meiner Schere. Kinderschere. Mit abgerundeten Ecken, damit ich mir in den Arm schneide. Aua manchmal. Ich habe zwei Monster gespawnt. Ickai! Meine Monster. Ickai! Ickai! Du kannst nichts mehr machen, schieß. Freddy, guck mal, hier was ich einfach mache. Ah! Ich wollte doch nur Fast Bridgen. Okay, Leute, pass mal auf. Jetzt hier meine Fast Bridge-Skills. Achtung. War scheiße. Freunde, ich würde sagen, jetzt ist es soweit. Wir machen Slash Hackwars und dann geht es hier los mit dem Spaß, meine Freunde. Also, das war ein Slash Hackwars. Biu! Presented by Rufincess. The Waffle. Here's the shit right now. Mir fehlen Blöcke vom Typ Fichtenholz. Ich hack schon richtig krass. Fichtenholz. Freddy, das bringt nichts, wenn wir die bei uns in der Base spawnen, du Idiot. Ich bin krass am hacken. Du bist krass dämlich am sein. Geil, Alter. Wie gesagt, Freddy, das Ziel ist es auf jeder Insel. So viele Monster gespawnt, bis die Spieler sich... Und jetzt warte. Manchmal wünsche ich mir einfach, das mit anderen Leuten zu machen. Haha, mit Sicherheit. Guck mal, einer schreibt so... Guck mal, und jetzt, wo bin ich? Da. Ne? Ja, da, da. Oik, 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 bitch! Da, wo Edgar drin ist. Oik, oik, bitch! Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal erst mal zu den anderen rüber. Mal erst mal Speed hier. Mal Speed. Fünf, vier, so fliegen wir ganz normal hier rüber. Und dann spawnen wir hier oben mal ganz viele Hühner, würde ich sagen. Wie Hühner? Ja, Hühnerz. Wir sind Schweineinsel. Schweineinsel, ja, gibt die andere Hühnerinsel dann. Und was sind die anderen? Ja, die kriegen Creeper, Ghasts, alles. Klabberinsel. Wie gesagt, das Ziel ist es, den Server zum Crashen zu bringen. Ich bin mal gespannt. Kleiner Stress, das hier ist für den Server. Ja, mal gucken, ob er das hinbekommt überhaupt. Okay, ey, wenn du willst, Digi, alles okay. Ich bin dabei. Ja, Freddy, du hast ja sowieso deinen Autoklicker hier am Start. Du schaffst das ja lediglich. Ja, ich meine, hier Megaskill. Einer schreibt nur in den Chat, Hühner, so richtig wie Tante. Er schreibt einfach, was er sieht. Hühner, Baum, Auto, Mama. Hühner. Opa, Familie, Sex. Er hat Sex gesehen, das ist interessant. Ernsthaft? Ja, dreimal schon. Guck mal hier, es sind schon ein paar Hühner, also schon ganz geil eigentlich. So, guck mal hier, Loco die Runde. Die werden sich auf jeden Fall hier freuen. Aber die töten die alle. Hört mal aufwärts, hallo. Und die eine ist die Garst-Insel. Die Armin, Alter. Karis, mega geil. Guck mal, er findet jetzt Karis, Alter, Freddy. Was findet er jetzt Karis? Boah, Freddy, dieses Geräusch, Alter. Hör mal auf. Was? You gotta scream to understand, love. You gotta scream. Danke für die Garsts. Ja, leider, das hier ist auf jeden Fall mal eine geile Runde, Legwurst. Das ist genau das Oldschool-Troll-Hörschaden. Klein, mittelst, direkt taub geworden wegen dir, Freddy, Alter. Ist okay. Also bis jetzt läuft es noch relativ flüssig hier, ne? Verklag doch, Rewind-Zeit-Punkte. Ja, eben, mach doch, Alter. Ist mir doch scheißegal. Verklag doch. Verklag mich doch. Verklag mich doch, Junge. Rewind-Zeit-Punkte.v angeklagt. Angeklagt, Alter. Bedroht. Gefickt und angeschissen. Was? Genau das. Ich hab ne viel andere Idee, Freddy. Ne viel andere? Ne viel andere Idee. Guck mal, mit Dispensern geht das viel schneller, glaube ich. Weißt du, warum? Du hast echt die Time of his life, ne? Du hast die Zeit seines Lebens. Nicht auf deines Lebens, sondern auf his life. Ich hab Zeit deines Lebens. Ich hab die Zeit deines Lebens. Wir haben Hühner. Ja, wir haben Gysal, Alter, mein Freund. So sieht's aus. Wir haben Gysal. Wir haben Gysal. Boah, kennst du die Zeiten noch von früher, Freddy? Gysal? Ja. Ja, war meine Zeit. Das ist mein Insider eigentlich gewesen. Also, ähm, deshalb. Okay. Boah, Gas spawnen zu lassen ist richtig schwer, ja. Weil die so groß sind, weißt du? Ja, absolut. Pass mal auf. Ich mach jetzt hier mal, was machen wir denn hier rein? Ich würde sagen, wir machen hier einfach Hühner rein. So. Teleporter ist betriebsbereit. Ja, sehr gut, Freddy. Das hat dem Spiel noch gefehlt. Das hat dem Spiel noch gefehlt. Dass die Spieler jetzt auch gegeneinander, zueinander rumgehen, Alter. So, Freddy, meine Hühner-Spawn-Maschine läuft hier auf jeden Fall ganz gut schon. So, komm mal hier. Wer den Spielmodus eigentlich developed? Äh, Revinza.tv, das Team von dem. Nee, also, gibt's da so einen Namen von einem Developer? Hühner-Regen! Freddy, komm, guck, Hühner-Regen! Was? Guck in die anderen Hühner-Regen! 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 Oh, geil! Komm, Freddy, wir machen so eine riesige Hühner-Armee hierhin. Ey, das ist wie so ein Wasser-Fuhl in meinem Mühl. Ja, Wasser-Fuhl in meinem Mühl. Oh, ja. Fuhl in meinem Mühl. Ja, guck. Oh, ja, guck. Oh, ich bade in Hüder-Blut. Das, äh, Dieter. General Dieter! Entschuldigung? Du musst mir mal helfen, Freddy, wir müssen überall Eier rein. Komm. Was tue ich? Wo müssen Eier rein? In die Dispenser. Das hat schon lange keiner zu mir mehr gesagt, aber können wir machen. Da müssen die Eier. Eier, wir brauchen Eier, Freddy, wir brauchen Eier. Da müssen die Eier rein. Hühner-Regen, Hühner-Regen, Hühner-Regen. Boah, schaut es dir mal an, Junge. Das ist echt die ADS-Runde des Todes hier. Hallo, Leute, wenn ihr auch ADS habt, lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Ich meine, wer das heutzutage nicht, ne? Also, ich bin auf jeden Fall dreifach diagnostiziert davon. Ich glaube, Freddy, wieso tust du normale Eier da rein? Nimm doch die Mob-Spawn-Eier, du Idiot. Edgar, du Idiot. Nein, Freddy, das ist scheiße. Verpiss dich. Hühner-Regen! Oh, ich habe was hier gemacht, glaube ich. Was denn? Guck dir das mal an, Junge, guck dir das mal an. Mann, du sollst auf, wenn du eine Eier reinzumachen. Ah, Hühner-Regen! Guck dir das mal an, die armen Spieler, guck dir das mal an. Hühner-Regen, Hühner-Regen, Hühner-Regen. Wie geiler. Guck mal, und die eine Maschine hier hat Time of Her Life, ey. Die ballert einfach nur ein Eier hier raus. Pass auf, jetzt kommt der... Lass mal da Gas reinfüllen, okay? Ah, 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 ah. Wie gesagt, wir schaffen es doch, den Server zu crashen. Ich sag's dir, ich sag's dir. Die Drecks-Server bei uns halten eh nichts aus, Alter. Ja, natürlich, Lego hat die mit dem Akkuschrauber zusammengebaut, Junge. Natürlich, arbeitet auch bei dem Zuhause der Server, ne? Boah, Alter. Oh Gott. Geile Idee gewesen von mir. Oh Gott. Absolut perfekt. Absolut Premium-Idee. Muss man einfach mal wieder sagen. Retard ist Level. Oh ja, oh ja, Freunde. Das ist Hacken auf einem neuen Niveau. Schaut euch das an. Das ist doch mal geil hier, Alter. Wuhu! Ey, wenn die nicht Spaß haben, Freddy, weiß ich auch nicht, oder? Alter. Join and play now, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Kommt auf den Server, kommt euch Premium. Wenn wir sehen, das lohnt sich. Was für eine Scheiße, Junge. Guck dir das mal an. Freddy, ich kann die Dispenser nicht mehr sehen. Ich bin noch bei den Dispensern. Okay, wir brauchen mehr Eier. Eier, wir brauchen Eier. Lass mal was noch richtig nervige Mobs. Blaze, Blaze. Oh, Blaze, Alter. Blaze it. Warte mal, lass mal da mal ein paar Blaze reinpacken. Alter, ich glaube, wir spawnen hier gerade jede Sekunde ein paar Ghasts. Es leckt schon ein bisschen, ne? Minimal. Warte, bis der Server down ist. Warte, bis der Server down ist. Oh, jetzt kommen noch die Blaze dazu. Jetzt kommen noch die Blaze dazu. Meinst du, Minecraft crashed eher, als der Server? Ich weiß es nicht, Alter. Setz am Arsch. Nein, Setz werde nicht beeinflusst. So, guck mal hier, Freddy, Alter. Guck mal, das ist doch mal... Alter, was ist denn das? Junge, was passiert in deinem Leben? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Wie geil, Alter. Wir sehen nur noch Gas, Alter. Server crashen, Server crashen, Server crashen, Server crashen, Server crashen. Wie das aussieht. Und guck mal, die... Junge. Ey, hier unten ist einer, Inferno des Todes, Junge. Die Spieler haben auf jeden Fall echt die Zeit ihres Lebens hier. Hier hat jeder ein Haus gebaut. Alter. Der Dragon nicht stört. Freddy, komm mal runter hier. Guck mal her, komm mal zu mir. Teleportier dich mal zu mir. Oh, es leckt so, es leckt so. Freddy, komm zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Unten, unterhalb der Spawner. Komm runter. Komm runter, komm, Freddy. Wir sprengen deine Butze. Hast du das Haus? Siehst du das Haus hier? Siehst du das? Da steht drauf, nicht stören Haus von VanRex. Ja, das denkst du, Alter. Wir kriegen Gas rein. So, ne, ich hab das Haus gesprengt, Alter. Jetzt wird es nochmal hier gesprengt und dann ist der Server-Lag auf der Hunde. Ey, ich hab ein FPS oder sowas, ne? Ich hab 26. Jetzt geht's, also je weiter man weggeht, umso besser ist es. Wenn man sich was von der Ferne betrachtet, ist es sicherlich... Wie auch dieser Garsthaufen aussieht, Alter. Das sieht aus wie so ein richtiges Quallennest. Ich glaub, die Spieler müssen ja mal richtig Spaß haben hier so. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, Leute. Wurde grad sagen, der Winside.TV. Das ist nochmal wirklich, also das ist mal echt eine sehr, sehr erfolgreiche Runde Hackbox, würde ich sagen, hier. Alter, geil. Junge, Alter, wie viele Feuerbälle hier denen auch entgegen geflogen kommen. Das ist mal geil, Alter. Hacken bis zum Server-Crash, Junge. Das ist geil, Junge. Junge, what the fuck? Guck mir das dir mal an, Alter. Alter. Ist es nice oder ist es geil oder ist es nice? Ich weiß es gar nicht. Kann nicht entscheiden, ob es nice oder geil oder nice ist. Schau dir das mal an. Ja, Fred, ich würde sagen, damit waren wir erfolgreich in dieser Runde. Hacken mein Leben in diesem Fall, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, denn wenn ihr Bock auf weitere Runden Hackbox habt. Das war's. Join and play now auf Revensa.tv. Wie gesagt, kauft euch Premium. Ihr seht, es lohnt sich absolut, hier Premium zu kaufen, ja. Und ja, nochmal vielen Dank an die ganzen Chinesen, die hier unsere Rücken bauen. Und ich würde sagen, Web-Whats-App mal wieder im Hintergrund offen gehabt. Danke auf jeden Fall an die Leute, die mich da ständig bei anschreiben. Das war's für dieses Video. Lasst, wie gesagt, einen Daumen hoch da. Schaut euch im Sturber vorbei, dann nehmen wir auch noch ein bisschen was auf. Macht's gut. Hau da rein. Tschüss. Wahee hippie! All right, Timmychen! All right, Timmychen! Das ist auf. Das ist auf. Not a. AAAA La. Oh. To. Du. Wie? Bist. Wriesem. W S. Wys. W DS